In einem neuen Video, heute tippen wir den 25. Spieltag. Erst schauen wir uns mal den Spieltag an, den wir getippt haben. Und da sehe ich mich, dass ich mich voll vertippt habe. Hier habe ich bei Augsburg gegen Dortmund gesagt, es wird ein klares 4 zu 1. Ja, war andersrum, auch bei Schalke gegen Düsseldorf war falsch. Leverkusen gegen Freiburg war fast richtig. Zwei Tore hätte nur weg. Eigentlich habe ich alles fast falsch gemacht. Vielleicht der Sieger habe ich nicht getippt. Aber das Ergebnis war eigentlich fast komplett falsch. Außer jetzt vielleicht Wolfsburg gegen Bremen, da war ich nah dran. So, aber jetzt, ich mache hier alles wieder zurück. Hier war ein 1 zu 1, hier war ein überragendes 5 zu 1. Dann hier war auch ein 5 zu 1, leider. Dann hier war ein 1 zu 0. Hier war dann so ein 2 zu 1. Dann ein 3 zu 2. Dann ein 2 zu 0. 4 zu 1. 1 zu 0. 4 zu 0. 4 zu 0. 4 zu 0. Alter Schwede. Hier war ein 2 zu 1. So sieht die Tabelle folgt aus. Elfter ist Fortuna Düsseldorf. Das überrascht mich. Also richtig, überrascht mich. So, dann fangen wir mal an. Bremen gegen Schalke. Hier tippe ich, dass Schalke verlieren wird mit 3 zu 1. Schalke spielt halt nicht mehr so gut. Und Bremen will unbedingt international spielen. Deswegen denke ich, dass es ein 3 zu 1 wird für Bremen. Wolfsburg gegen Bayern. Ich weiß nicht, ob es jetzt normal ist, dass ich nur weil ich Wolfsburg Fan bin, jetzt sage, dass Bayern das Spiel verlieren wird mit 1 zu 0. Ich finde die Wolfsburger Spiele echt stark. Und Bayern spielt auch klasse. Die wollen 1 zu sein. Aber ich denke, dass Wolfsburg das Spiel, das Spiel wird lange 0 zu 0 sein. Und das ist dann zwischen der 90. und, nee, so zwischen der 80. und 90. Minute, dass sich einer von den beiden trifft. Dass einer von den beiden trifft. Und ich denke, hoffe, dass es Wolfsburg ist. Dann Dortmund gegen Stuttgart. Hier denke ich, dass Dortmund den Sieg holen wird. 2 zu 0 tippe ich hier. Und ich denke, auch wenn Dortmund gegen Augsburg so eine Kacke macht hat, denke ich, dass Dortmund gegen Stuttgart gewinnen muss. Leipzig gegen Augsburg. Hier denke ich, dass die Leipziger das Spiel gewinnen werden. Klar, mit 3 zu 1. Freiburg gegen Hertha Biese. Hier denke ich, es wird ein langweiliges 0 zu 0 sein. Ich denke, Freiburg will aus diesem Aschikampf rein. Und will versuchen, was an Hertha zu holen. Hertha möchte bestimmt international noch spielen. Versucht da auch noch was zu holen. Deswegen denke ich, es wird am Ende ein 0 zu 0 werden. Dann Mainz gegen Gladbach. Hier tippe ich das. Gladbach ein 1 zu 0 macht. Hoffenheim gegen Nürnberg. Hier tippe ich das. Das ist ein 2 zu 1. 3 zu 1. Wo Hoffenheim am Ende ausgeht. Dann geht es weiter. Hallofa gegen Leverkusen. Hier denke ich, dass Leverkusen weiter international spielen möchte. Und diesmal wieder ein paar Tore schießen werden. Dann Düsseldorf gegen Frankfurt. Diesmal wird es ja kein 6 zu 1. Sondern zum 1 zu 1. Ich weiß, Frankfurt ist sehr stark. Aber Düsseldorf sehe ich irgendwie so. Ich denke, die wollen weiter hoch hüpfen aus dem Abstiegskampf raus. Und kämpfen dann gegen Frankfurt. Man hat es gegen Schalke gesehen. Was für ein Spiel das da war. Gegen Schalke kann man fast jeder Punkt holen. Ich sage nur fast jeder. Und ja. Das war es auch mit dem Video. So an der Seite seht ihr so sehr es aus. Tübele. Erster wäre dann immer noch Dortmund. Wolfsburg wäre so 6. Wieder. Der wäre 14. Und letzter wäre immer noch Nürnberg. Wenn es euch gefallen hat. Schreibt es in den Kommentaren. Wenn ihr mehr davon sehen wollt. Gebt einen Daumen nach oben. Ich werde sowieso eine neue Folge machen. Egal. Das war es für den Video. Bis bald. Und ciao. Bis bald. 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 Untertitelung des ZDF, 2020